Seid mir gegrüßt meine lieben Nakama zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1061, Kapitän des 10. Schiffes der Blackbeard Piraten Kusan. Dieser Titel spoilert uns natürlich eine Frage, die wir uns schon seit Jahren gestellt haben. Wer ist der 10. Titanic Captain von Blackbeard? Eigentlich war es doch offensichtlich. Natürlich ist es Kusan und ich war ja auch lange Zeit der Meinung, dass er am wahrscheinlichsten ist. Aber es war natürlich bis hierhin nicht bestätigt und ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, weil es war natürlich die offensichtliche Lösung. Und das ergibt sich natürlich, dass wir jetzt nicht die Chance haben, über einen weiteren mysteriösen Charakter zu diskutieren. Den hätte ich jetzt gar nicht so uncool gefunden, wenn da auf einmal ein Charakter aufgetaucht wäre, mit dem keiner gerechnet hätte. Und somit hat natürlich auch die Blackbeard Piratenbande erst einmal einen vermeintlichen Charakter weniger. Aber kommen wir doch einmal in das Kapitel und beginnen natürlich vorne. Erste gute Nachricht, es ist keine Coverpage mit einem Fanwunsch. Schlechte Nachricht, es ist natürlich auch keine weitere Coverstory, sondern wir bekommen einen neuen Colorspread. Auf dem ist die Strohhutbande zu sehen, aber nicht komplett, denn die weiblichen Mitglieder Nami und Nico Robin fehlen darauf. Und alle sind am Schlafen, außer Sanji. Der liest ein Kochbuch hier und da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist er der Einzige, der noch wach ist. Da befinden wir uns hier im Herrenschlafsaal auf der 1000 Sunny und er wartet nur, bis alle eingeschlafen sind, damit er sich in den Frauenschlafsaal schleichen kann und dann Nico Robin und Nami beim Schlafen beobachten kann. Natürlich hier ein bisschen Spaß bei der Seite. Ganz interessant ist noch das Hemd, was Sanji trägt, denn dort erkennt man eine Zahl. Das könnte eine 6 sein, das könnte eine 8 sein und einen Totenschädel. Und wir spekulieren doch so gerne, welche Foreshadowings Eishiro Oda in seinem Colorspread versteckt hat. Vielleicht hat das tatsächlich etwas zu bedeuten, dass ein Charakter, auf dem die Zahl 6 oder 8 passt, demnächst sterben wird. Beispielsweise das 6. Mitglied oder das 8. Mitglied der Strohhutbande. Und das wären natürlich entweder Tony Tony Chopper oder Frankie. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich glaube, dass keiner der Strohhutbande sterben wird. Aber vielleicht habt ihr ja eine coole Idee mit einem Charakter, auf den sich die 6 oder 8 beziehen kann. Schreibt's mir doch mal gerne in die Kommentare. Und wir gehen direkt jetzt in das eigentliche Kapitel. Und das beginnt exakt an dem Punkt, wo das letzte krasse Kapitel aufgehört hat. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, nach Kapitel 1079, nach Kapitel 1080, sollte Oda dann noch ein krasses Hype-Kapitel machen. Ja, er hat es nämlich getan. Auch Kapitel 1081 ist ein absolutes Hype-Kapitel. Und wir beginnen, wie eben schon gesagt, wo das letzte Kapitel aufgehört hat, mit dem Galaxy Impact von Monkey D. Garp. Den sehen wir jetzt hier aus einer anderen Perspektive. Und eine Frage, die sich natürlich gestellt wurde, war, was ist jetzt eigentlich mit diesem Kriegsschiff, das ja auch irgendwie vom Himmel fallen wird? Wird das jetzt einfach zerstört? Und was ist mit den Marinesoldaten, die sich darauf befinden? Nein, auch da wird eine Lösung gefunden, nämlich Prinz Gruß. Der setzt seine Lehmteufelsrucht ein, erzeugt halt eben, ja, halbflüssigen Lehm, damit dieses Schiff weich landen kann. Und die Insassen dieses Schiffes, Tashigi und Helmepo, das sind so die bekanntesten, mal abgesehen von den anderen Marinesoldaten, ja, die sind nicht glücklich über diese, ja, stürmische Reise, die sie hier durchmachen mussten. Aber es ist eine absolut coole Szene, die wir hier bekommen. Denn Garp steht im Vordergrund, also vor diesem Schiff und, ja, gibt erstmal eine Ansage an diese ganzen Piraten, die mehr oder weniger hier noch stehen. Interessant finde ich hier, da wir ja noch die große Diskussion haben, hat Monkey, die Garp Königshaki? Also ich finde, eigentlich muss er es haben. So krass wie dieser Charakter ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er hier kein Königshaki eingesetzt hat. Aber die Piraten, die wir dort bewusstlos liegen sehen, die haben keinen Schaum vor dem Mund, wie wir das normalerweise sehen. Aber auf der anderen Seite, sie sind ja auch nicht durch normales Königshaki bewusstlos geworden, sondern das war natürlich eine kombinierte Attacke aus Rüstungshaki und Königshaki. Und die sind dann höchstwahrscheinlich eher durch die Wucht ohnmächtig geworden. Die anderen wurden einfach weggeblasen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Garp macht jetzt eine Ansage, ja, hört zu ihr Piraten. Ihr folgt jetzt lieber mal unseren Anweisungen, wenn ihr nicht noch mehr verletzt werden wollt, wenn ihr nicht noch mehr leiden wollt. Es hat hier den Anschein, als hätte die Marine hier die volle Kontrolle über die Pirateninsel. Und ich frage mich ganz ehrlich, was ist eigentlich mit den Blackbeard-Piraten, die wir noch im letzten Kapitel gesehen haben? Also Sanjuan Wolf, Vasco Schott, Avalo Pizarro und Chirio, die sind im ganzen Kapitel nicht einmal zu sehen. Es wird natürlich noch ein weiterer Blackbeard-Pirat auftauchen und ihr habt es mit Sicherheit bei dem Titel schon erraten. Natürlich ist Kusan dieser Pirat. Doch zuvor bekommen wir erst einmal ein paar Reaktionen. Zum Beispiel freut sich Helmepo, seinen Freund, ja, oder könnte man sagen, seinen Bruder im Geisten Kobe wiederzusehen. Beide haben Tränen in den Augen. Und auch Ibarri freut sich, dass Kobe wieder dabei ist. Und das Beste an dieser ganzen Szene ist eigentlich Monkey D. Garp, der so ein bisschen mit den Schultern zuckt und sagt, ich bin ein bisschen außer Form geraten. Also Garp gibt hier im Grunde zu, nicht mehr in seiner Prime zu sein. Und ich meine, wir haben es im letzten Kapitel gesehen, wir haben es am Anfang von diesem Kapitel gesehen. Wir haben den Galaxy Impact gesehen, dass es Garp, wenn er nicht in Form ist. Und merkt euch diese Szene, denn im Verlauf des Kapitels werden wir noch ein paar ganz andere krasse Sachen von Garp sehen. Aber zuvor passiert jetzt erst mal was, nämlich jetzt taucht Kusan auf. Er taucht aber nicht direkt auf, sondern wir sehen erst einmal Hibari, die in, ja, einer Sekunde vereist wurde, wie wir das ja normalerweise kennen. Wir haben es ja auch in der Cover-Page-Story rund um die Germa Doppel 6 gesehen, als auf einmal Chocolate Island komplett auch vereist wurde und die Leute gar keine Chance hatten zu entkommen, also im Rennen komplett vereist worden ist. Und das ist jetzt eben hier mit Hibari passiert. Und Kobe, der ist ja natürlich komplett geschockt. Vielleicht hier noch eine ganz interessante Tatsache, was Hibari vorhatte, bevor sie vereist wurde. Sie hat nämlich versucht, die Ketten von Kobe abzunehmen. Und ich habe das ja schon in der letzten Review so ein bisschen thematisiert. Ich kann nicht verstehen, warum Kobe, der ja definitiv Rüstung und Observations-Haki beherrscht, es nicht geschafft hat, diese Ketten zu entfernen. Hibari sagt ja auch, egal was sie versucht, sie bekommt diese Ketten nicht ab. Was ist mit diesen Ketten los? Ist das aus einem speziellen Material? Ich habe ja in der letzten Review gesagt, es könnte Kairoseki, also Seestein sein. Und die ganze Sache mit Kobe ist halt einfach die Tatsache, dass er mittlerweile ein Teufelsrottnutzer ist. Aber es könnte natürlich auch das Wapo-Metall sein, woraus natürlich auch der Frankie Shogun gebaut wurde. Ja, ziemlich kurios, dass diese Ketten nicht gelöst werden konnten. Und ich glaube, die werden in der Zukunft wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Vor allem jetzt natürlich, wo wir sehen müssen, wie ist die Entwicklung auf der Pirateninsel. Aber wir kommen jetzt einfach mal zu Kusan. Kusan, und er wird hier auch nochmal vorgestellt, ist der zehnte Titanic-Captain. Und er hat sich höchstwahrscheinlich freiwillig Blackbeard angeschlossen. Und wir bekommen hier einen krassen Flashback und wir gehen auf eine andere Insel in der neuen Welt. Die wird hier nicht näher erklärt. Man kann sie zwar sehen, aber ich kann dir jetzt keiner bekannten Insel jetzt zuordnen. Also es könnte auch so eine Insel wie Winner Island sein, zu der kommen wir auch noch in diesem Kapitel. Freut euch schon darauf. Die sieht ja auch eigentlich ganz normal aus für eine Insel, aber da passiert halt auf der Insel direkt nicht wirklich was. Und das scheint eine ziemlich kleine Insel zu sein, mit so einem kleinen Dorf und halt einer Kneipe. Was wir auf dieser Insel sehen, ist halt zum einen einen riesigen vereisten San Juan Wolf. Und dann muss man ein bisschen genauer hinschauen. Wir sehen auch, dass Docu und Stronger vereist worden sind. Und wir sehen, dass Vasco Schott vereist wurde. Der ist ein bisschen noch schwieriger zu finden, aber man kann ihn eben auf diesem großen Panel auch finden. Zeitlich ordnet sich dieser Flashback ein Jahr nach dem Timeskip oder beziehungsweise vor dem Timeskip ein. Also im Grunde so vor etwa einem Jahr. Es wird nämlich hier erklärt, dass vor zwei Jahren es einen Kampf gab zwischen Akainu und Aokishi, die beiden Admirele, um halt eben den Posten des Großadmirals. Wir wissen alle, Aokishi hat verloren. Er hat dann wieder seinen bürgerlichen Namen angenommen, also Kusan, und hat die Marine verlassen. Und jetzt ist er einfach auf dieser Insel und dort wurde er direkt mal angegriffen von den Blackbeard-Piraten. Denn Blackbeard platzt jetzt in diese Kneipe rein, wo sich Kusan niedergelassen hat und sagt dann halt erst einmal, hey, wer hat hier meine ganzen Leute vereist? Und er sagt, ja komm, spart euch die Antwort. Ich weiß es schon, es kann eigentlich nur einer gewesen sein. Und er fordert auch erst einmal, dass seine Leute direkt zurückverwandelt werden, also aufgetaut werden von Kusan. Ja, und Kusan, der sagt hier, es ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, wo du mir hier blöd kommst. Ich bin ein bisschen in Trauer. Sehr interessante Wortwahl. Warum ist Kusan in Trauer? Wir wissen an diesem Punkt, der Kampf gegen Akainu ist schon ein Jahr her. Trauert er immer noch dieser Niedernage nach? Also es wird noch ein paar Anspielungen auf Akainu hier in diesem Kapitel geben. Kann also sehr gut sein. Hat er eine weitere schmerzhafte Erfahrung machen müssen? Ja, weiß er vielleicht sogar ein bisschen mehr? Und wir dürfen ja nicht vergessen, das letzte Mal, wo wir ihn wirklich gesehen haben, war ja auf Punk Hazard mit Smoker, wo er Smoker versichert hat, auch wenn ich nicht mehr bei der Marine bin, bin ich immer noch derselbe Typ. Ja, jetzt kommt Blackbeard. Und die sind ein bisschen auf Krawall gebürstet, die zwei. Aber dann, nächstes Panel, ja, dann feiern sie einfach mal zusammen. Ja, Blackbeard hier am Lachen. Ja, sie trinken ein bisschen Sake, ein bisschen Bier zusammen. Und ja, sind ausgelassen. Und wir sehen auch, dass die Blackbeard-Piraten inzwischen aufgetaut sind. Kusan hat ja auch erklärt, ich habe hier gar nichts gemacht. Die haben mich angegriffen. Ich habe eindeutig nur reagiert auf die ganze Geschichte. Die sind selbst dran schuld. Und ja, sie erzählen so ein paar Witze, ja. Sie sagen so, hey, wisst ihr, was Akainu gesagt hat, bevor wir gekämpft haben? Er hat gesagt, hier, wenn Marine-Soldaten den gleichen Rang begleiten und um die Beförderung kämpfen, ja, dann müssen sie kämpfen. Und dann brennt das Blut in mir. Und Aokishi hat dann so einen Scherz gemacht und hat gesagt, natürlich brodelt es dir, kocht es in dir. Du bist ja aus Magma. Ja, und die ganzen Blackbeard-Piraten lachen sich da schlapp darüber. Aber Kusan wird dann auch ganz schnell wieder ernst. Und hier kommt jetzt ein sehr interessantes Gespräch auf von Katharina Devon. Sie erwähnt nämlich gegenüber Blackbeard, ob Kusan vielleicht etwas über die Brandnarbe meint. Ja, da hatte ich noch so das Gefühl, hey, geht es da gar nicht mehr um einen Mann mit der Brandnarbe. Aber der wird dann definitiv später nochmal erwähnt. Und Kusan bekommt jetzt so ein bisschen was über die Welt erklärt von Jesus Burgess. Es ist ja witzig, dass der gerade das erklärt. Aber klar, von den Roe-Pornoglyphen hat halt eben noch nicht jeder gehört. Und ich finde es interessant, dass selbst ein Admiral davon noch nichts wusste. Aber es wird hier nochmal erklärt. Es gibt vier rote Roe-Pornoglyphen. Die sind ein bisschen wichtiger, ein bisschen besonderer als die normalen Pornoglyphen. Denn hier wird nicht weiter erklärt, wofür man die speziell braucht. Aber dass zwei Stück im Besitz von Big Mom und Kaido sind. Und die anderen beiden, ja, die weiß keiner, wo die sind. Ja, wir wissen zumindest, eines war ja auf der Fischmenscheninsel. Und wir Leser wissen natürlich, eines war auf Suu. Aber das war ja auch immer für mich so eines der Roe-Pornoglyphen, die so ein, ja, Mittelding sein könnten. Weil es weiß ja keiner, dass auf Suu ein Pornoglyph ist. Und wenn du nicht jetzt gerade dicke mit den Minks bist, wirst du das auch wahrscheinlich nie erfahren. Und darüber hinaus musst du ja erst mal Sunisha finden. Das ist jetzt auch nicht so hundertprozentig einfach, wenn du keine Vifre-Card oder einen Eternal-Port zu Sunisha hast. Und ich bezweifle, dass es bei Sunisha einen Eternal-Port gibt. Ja, weil er ja immer unterwegs ist. Aber davon wissen sie ja eben auch nicht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Jahr her, diese ganze Szene. Sie könnten auch mittlerweile wissen, wer der Mann mit der Brandnarbe ist. Aber zu diesem Zeitpunkt wissen sie es nicht. Was ich sehr interessant finde. Das bedeutet nämlich, das ist ein Charakter, den kann man nicht so ganz einfach einschätzen. Und wir wissen ja, dass Kusan Jaguar Dissol kennt. Das heißt, ist es wahrscheinlich nicht Jaguar Dissol. Wobei wir halt auch immer noch nicht wissen, ob Jaguar Dissol tatsächlich eine Brandnarbe von diesem Eisgefängnis von Kusan davongetragen hat. Aber ich denke, er ist noch in der Verlosung dringend. Also macht euch keine Sorgen, man kann noch mit ihm rechnen. Und es wird hier noch ein paar Hinweise getroppt zum Mann mit der Brandnarbe. Zum Beispiel sagt Chirio, dass er glaubt, gerüchteweise, dass dieser Mann für die Weltregierung arbeitet. Er glaubt nämlich, dass die Weltregierung diese beiden Roar-Pornoklypfe für sich einkassiert hat. Damit die Piraten nicht rankommen und damit es unmöglich wird, dass man One Piece findet. Ich finde den Satz ziemlich cool, weil das ist ja eine gängige Theorie in der Community, die ja glaubt, die Weltregierung hat eines der Roar-Pornoklypfe. Hier sind wir wieder auch beim Thema der Schatz von Mary Joa. Und dadurch wollen sie natürlich verhindern, dass sich jemand One Piece holt. Das könnte auch bedeuten, dass wir vielleicht doch erst den Krieg gegen die Weltregierung bekommen und erst danach nach Laugh Tale segeln. Ja, ist ein bisschen umgedreht, aber naja, die Story würde so oder so genauso lang gehen. Aber interessanter Fakt, vor genau vier Jahren hat Oda gesagt, One Piece endet in fünf Jahren. Und ich glaube nicht, und ich gehe davon aus, ihr glaubt das auch nicht, dass One Piece nächstes Jahr endet. Vor allem, wenn der große Krieg gegen die Weltregierung, sei das jetzt, ob der vor dem Pfund des One Piece stattfindet oder danach, natürlich auch noch kommen wird und höchstwahrscheinlich auch noch mal länger gehen wird. Erinnert euch an das letzte Interview mit Craig Werner, was wir gemacht haben. Wir haben ihn dazu befragt und er hat gesagt, der Ark, der noch kommen wird, der Kampf gegen die Weltregierung, der könnte länger werden als Wano Kuni. Und Wano Kuni allein ging über vier Jahre. Also, da könnt ihr mal so eine Zeiteinschätzung haben von jemandem, der ja so ein bisschen in die Produktion hineinschauen konnte, der mit Oda selbst geredet hat. Also, das ist schon eine relativ realistische Einschätzung. Und selbst wenn der letzte Ark dann nur drei Jahre geht, ist das halt trotzdem noch immens. Aber wir bekommen noch ein paar weitere Informationen über den Mann mit der Brandnarbe. Zum Beispiel, dass er auf einem komplett schwarzen Schiff segeln würde. Und dazu würde natürlich Monkey D. Dragon passen, denn der hat tatsächlich mit der Revolutionsarmee ein schwarzes Schiff. Im Anime sah das eher ein bisschen gräulich aus, aber wenn ihr euch das im Manga anseht, dann sieht das fast genauso aus wie das schwarze Schiff, was wir hier auf dem Panel sehen. Natürlich kann auch dieses Schiff, was wir dort hier in dem aktuellen Kapitel sehen, nur ein Symbolbild dafür sein. Wir sehen nämlich ein weiteres Symbolbild, was passiert, wenn du dich diesem Schiff näherst. Dann entsteht nämlich ein Vortex und der wird dich dann einfach zum Meeresboden ziehen. Also, du hast gar keine Chance, einfach an dieses Schiff heranzukommen. Und Lafitte, der das alles erwähnt, er glaubt, dass da definitiv eine Teufelsfrucht mit im Spiel ist. Auch das würde natürlich auf Monkey D. Dragon passen, denn wir gehen ja alle davon aus, er hat die Sturm- oder Windlogia. Und damit könnte ich mir gut vorstellen, dass man damit einen Vortex im Meer erzeugen kann. Aber, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wäre es Monkey D. Dragon, dann wüssten die Blackbeard-Piraten. Nämlich scheinbar kann es hier nämlich keiner wirklich sagen, wie der Mann mit der Brandnarbe heißt, dass es eben Dragon ist. Und auch Kusan wüsste, dass es Dragon ist. Denn Dragon ist der gefährlichste Verbrecher der Welt. Der wird von der Weltregierung gejagt und an der Stelle mal ein Querverweis auf Kapitel 100 von One Piece. Damals hatte Smoker gegen Ruffy gekämpft und ihn besiegt und er wollte ihn eigentlich gerade dingfest machen, wobei er das ja mehr oder weniger mit seiner Jitte schon getan hat. Und dann tauchte Monkey D. Dragon auf. Und die Reaktion von Smoker verrät uns eigentlich, wie bekannt Dragon ist. Nicht zu vergessen, damals war Smoker ein einfacher Kapitän im East Blue, den schwächsten der Blues. Muss auch erwähnt werden. Klar, Smoker war eine große Nummer, er war ein großer Fisch in einem kleinen Teich, kann man ja so gut sagen. Er war ein Logia-Nutzer, er war schon etwas Besonderes dort. Aber es war halt immer noch der East Blue, das dürfen wir nicht vergessen. Und seine Reaktion auf Monkey D. Garp war, du. Ja, er wusste sofort, wer er war und hat auch noch erwähnt, die Weltregierung ist hinter deinem Kopf her. Die wissen alle, wer Monkey D. Dragon ist, der Anführer der Revolutionsarmee. Und davor war er ja schon der Anführer der Freiheitskämpfer. Das ist mit und einer der größten Feinde der Weltregierung, warum sollte die Marine den nicht kennen? Und dann müsste natürlich auch eben Blackbeard und Cusan diesen Mann kennen. Aber wir kommen noch so ein paar Themen. Und ich habe ja auch vorhin schon erwähnt, ein Admiral weiß nichts von den Roe-Pornoglyphen. Sehr interessant. Scheinbar wird der Marine dann doch nicht alles erzählt. Aber auf der anderen Seite, einen gefährlichen Verbrecher zu jagen, ist eine andere Sache, als ein Geheimnis, das mit dem leeren Jahrhundert zu tun hat. Und er sagt Cusan ins Gesicht, ja, Zittern oder Schwanken oder Wanken, also Wavering wird es hier im Original übersetzt. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Und er schnappt ihn am Kopf und ballert ihn in die Insel hinein. Da entsteht ein riesiger Krater, eine Attacke namens Blue Hole. Und wir erinnern uns zurück. Was hat Garp am Anfang des Kapitels gesagt? Er ist nicht mehr in Form. Er hat gerade einen ehemaligen Admiral. Einen Admiral, der vor einem Jahr, gut, vielleicht sind die Blackbeard-Piraten inzwischen stärker geworden, San Juan Wolf, Doc U, Stronger und Vasco Schott in einem Augenblick vereist hat. Der Hibari noch im gleichen Kapitel in einem Augenblick vereist hat. Einfach mitten hinein in diese Insel. Okay, das muss nicht bedeuten, dass Cusan hier besiegt ist. Danach sieht es nämlich nicht aus. Wir haben nur gesehen, dass er in die Insel reingepfeffert wurde von Garp, der, ich muss das einfach immer wieder erwähnen, nicht mehr in Form ist. Also der ist halt einfach schon krass. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Denn an dieser Stelle machen wir einen Schwenker. Und zwar nach Winner Island. Und ihr wisst, was das bedeutet, richtig? Blackbeard gegen Trafalgar Law. Und der Kampf ist vorbei. Und Blackbeard hat diesen Kampf gewonnen. Und der feiert sich schon so ein bisschen selbst. Zuvor sehen wir aber, was mit der Polar Tank ist. Die wird einfach mal zerstört. Komplett zerstört. Wir sehen auch, wie Jean Barth und weitere der Hardpiraten aus dem Schiff geschleudert werden. Die ja immer noch unter Wasser waren. Das ist ja eines der U-Boote. Wir sehen Trafalgar Law am Boden liegen. Wir sehen Beppo, den zweitstärksten der Hardpiraten. Ja, es klingt witzig, aber es ist wirklich so von Oda bestätigt. Liegen auch dort. Ja, und Blackbeard, der feiert so ein bisschen und sagt, was mache ich denn jetzt mit deiner Teufelsfrucht? Mit der Ope-Openomie? Soll ich die verkaufen? Interessant, dass das mal wieder aufgebracht werden. Denn es sollte ja damals von Dears Barrels, dem Vater von Dears Drake, verkauft werden. Und der Wert von der Ope-Openomie wurde damals auf 5 Milliarden Berry geschätzt. Das ist mehr wert als Kaidos Kopfgeld. Oder das Kopfgeld von Big Mom. Oder das Kopfgeld jetzt von Blackbeard. Oder das Kopfgeld jetzt von Shanks. Also mehr als ein Kaiser-Kopfgeld. Ich glaube, der Einzige, der mehr Kopfgeld hatte als 5 Milliarden Berry war, ja natürlich, Goldie Roger. Ja, also die ist schon extrem viel wert. Und Geld ist ein Thema in der Welt von One Piece. Wir haben es ja gesehen bei der Cross-Guild mit Sir Crocodile und Buggy. Die zweite Idee, die er natürlich hat, ist, diese Teufelskraft für sich selbst zu nutzen. Ich weiß, es gibt ja schon viele Fanarts mit Blackbeard, der auftaucht und den Room einsetzt. Aber er denkt auch darüber nach, ob er mit dieser Teufelsfrucht das ewige Leben erreichen kann. Er spricht natürlich hier die Operation der ewigen Jugend an. Ob er da mehr Bescheid weiß, also genauso gut Bescheid weiß wie Doflamingo, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Äh, und ja, Trafalgar Law wird wahrscheinlich diese Operation nicht an Blackbeard fortführen. Das sollte auch klar sein. Also, Blackbeard gut gelaunt, aber das wird nicht lange so bleiben. Denn an dieser Stelle nimmt Beppo ein Wundermittel ein. Und das ist das erste Mal, wo wir jemanden von der Strohutbande sehen seit den letzten drei Kapiteln. Nämlich Chopper in den Gedanken von Beppo. Der hat nämlich eben ein Mittel für Beppo erfunden, indem er sich, auch wenn der Mond nicht am Himmel steht, der Vollmond am Himmel steht, in seine Solonform verwandeln kann. Und das tut er ja auch und er sieht krass aus. Ein riesiger Eisbär in dieser Solonform. Es sieht einfach nur Hammer aus. Und ich würde nicht mal ausschließen, dass Beppo in dieser Solonform stärker ist als die Solonform von Inuarashi und Nekomamushi. Ich denke sowieso, dass Beppo ein unterschätzter Charakter ist. Irgendwas krasses muss ja die Hartpiratenbande aufzufahren haben. Also schätzen wir mal Beppo zumindest auf ein Level mit Killer ein von der Kit-Piratenbande. Und dann können wir wieder zurückrudern, weil Killer und Kit wahrscheinlich kein Thema mehr sein werden. Jetzt nach Kapitel 1079. Wir hoffen natürlich das Beste, dass sie nochmal irgendwie zurückkommen. Aber es wird sich jetzt hier eine Situation ereignen, die vergleichbar ist mit der Situation aus Kapitel 1079. Aber dann doch ein bisschen anders da endet. Denn auch wenn es Beppo hier schafft, Blackbeard und auch Van Ogre gleichzeitig wegzuhauen. Im nächsten Moment stehen die halt schon wieder. Van Ogre schießt auf Beppo drauf. Und Beppo wirft scheinbar noch einen Felsen nach den Blackbeard-Piraten. Schnappt sich dann Trafalgar Law. Springt ins Wasser. Klar, er ist ein Eisbär. Natürlich, er kann da gut schwimmen im Wasser. Und haut ab. Und Lord, der ist immer noch bei Bewusstsein und beschwert sich jetzt bei Beppo. Und sagt, ey komm, wir müssen wieder zurück. Wir können unsere Leute nicht im Stich lassen. Die Hartpiraten zählen auf uns. Und ja, Beppo sagt, ja, vertrau mal deiner Crew. Ja, wir sind aus dem harten Norden, aus dem North Blue gekommen. Wir halten ein bisschen was aus. Aber das Wichtigste ist, dass du überlebst. Du, Captain, musst überleben. Bitte stirb nicht. Und ja, Trafalgar Law und Beppo entkommen hier. Blackbeard erwähnt es auch nochmal, dass sie entkommen sind. Und wir bekommen am Ende nochmal vom Erzähler hier etwas gesagt. Und genau dasselbe, was wir bei Kit gesagt bekommen haben. Damals hieß es allerdings, dass Kit und die Kit-Piratenbande vernichtet worden sind. Hier heißt es jetzt, dass Trafalgar Law und die Hartpiraten nur besiegt worden sind. Und klar, die sind geflüchtet, die kommen nochmal irgendwann wieder. Bei Kit und Killer sieht halt die ganze Sache ein klein wenig anders aus. Erneut bekommen wir in einem Kapitel sehr spannende Entwicklungen. Gerade diese ganzen neuen Hinweise zum Mann mit der Brandnarbe sind jetzt ein heißes Thema. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer glaubt ihr, könnte der Mann mit der Brandnarbe sein? Könnte das überhaupt Sinn ergeben? Könnte es vielleicht sogar Imusama oder Rox D. Sebek, der dann natürlich Imusama wäre, sein? Nein, ich habe ja auch in meinem Video, ich weise nochmal drauf hin, schaut in die Infocard, auch darauf angespielt, dass das Monster hinter der Thriller-Bark damit etwas zu tun haben könnte. Denn vielleicht ist das gar kein Monster, sondern es ist dieses komplett schwarze Schiff. Und ja, mehr wissen wir ja auch noch nicht darüber. Aber mehr darüber im Podcast. Wir sind hier am Ende dieses Kapitels. Es war ein Hammer-Kapitel. Mir hat das richtig gut gefallen. Gerade diese ganzen Auftritte von Garb und von Kusan. Also Garb vor allem. Ich meine, der Typ sagt die ganze Zeit, er ist nicht mehr in Form, er ist nicht mehr in seiner Brime und zieht solche Nummern ab. Also er behandelt trotzdem die Charaktere wie Vordercharaktere. Und wir reden hier nicht von Vordercharaktere, sondern wir reden hier von Kusan und Co. Und ich bin mal gespannt, was es mit den anderen Blackbeard-Piraten auf sich hat, die sich jetzt in dem Kapitel nicht gezeigt haben. Aber, um das nochmal abschließend zu sagen, wir können ja jetzt Kusan auch aus der Rechnung rausnehmen. Und wir wissen jetzt auch, dass Blackbeard weiterhin mit seinen Mannen auf Winner Island ist. Dann sprechen wir doch mal kurz über das Schiff, das nach Egghead Island unterwegs ist. Und da machen jetzt natürlich nur noch zwei Charaktere Sinn. Katharina Devon und Lafitte. Und vielleicht X-Piraten der Blackbeard-Piraten, die wir halt eben noch nicht kennen. Das wäre auch natürlich möglich. Der zehnte Titanic-Captain fällt natürlich jetzt auch hier wieder raus, weil es eben Kusan ist. Ja, aber gut, dass wir jetzt die Blackbeard-Piraten in dem Kapitel nicht gesehen haben, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja Kusan im letzten Kapitel nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich aktuell lieber hin möchte in One Piece. Klar, wir hatten jetzt drei Kapitel ohne die Stroh-Bande. Ich will unbedingt nach Egghead Island und sehen, wie es da weitergeht. Ich meine, da sind ja auch noch Kizaru und Saturn unterwegs. Ich würde gerne sehen, wie es in Elbaf weitergeht mit Shanks und was aus Kid und Killer geworden ist. Ich will aber auch sehen, was jetzt auf der Pirateninsel los ist und was dort weiterhin mit der Sword-Unit los ist. Achso, hier nochmal ein Hinweis, der jetzt ein bisschen untergegangen ist vielleicht. Es wird sich gewundert, warum Tashigi mit an Bord ist. Und das würde ja bedeuten, dass Tashigi nicht bei der Sword-Unit ist. Und es wird ja auch hier gesagt von Kobe, der sich hier freut, dass die Marine gekommen ist, dass dort nicht alle Mitglieder Sword-Unit-Mitglieder sind, sondern die einfach mitgekommen sind, um Kobe zu retten. Das würde natürlich auch dann wieder ausschließen, dass Smoker ebenfalls ein Mitglied bei Sword ist, wenn es Tashigi eben auch nicht ist. Aber wir lassen uns da mal komplett überraschen. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum aktuellen Kapitel unten in die Beschreibung. Denkt an eure Fragen. Morgen um 17 Uhr ist die Nachbesprechung zum aktuellen Kapitel 1081. Und gerne dürft ihr auch in den Kommentaren eskalieren, um den Algorithmus ein klein wenig anzufeuern. Und das geht natürlich am besten auch, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet und den Kanal abonniert für mehr One Piece Content. Denn nächste Woche ist eine Pause wegen der Golden Week. Da erscheint nämlich das Jump-Magazin nicht. Heißt also, es gibt auch kein neues Kapitel von One Piece. Es geht dann erst am 7. Mai weiter und die Spoiler werden höchstwahrscheinlich schon am 1. Mai erscheinen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr abonniert habt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann bekommt ihr natürlich auch direkt eine Meldung, wenn das Spoiler-Video online geht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt am Leben. Bleibt One Piece gewogen. Bleibt mir gewogen. Ade!